Komm mit mir. Lass uns Deutsch üben. ABC Deutschland. Setzen Sie ein. Ich gehe in die Küche. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Ich gehe ins Bad. Ich gehe ins Bad. Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien. Ich fliege nach Spanien. Ich fliege nach Spanien. Ich stehe am Fenster. Ich stehe am Fenster. Ich komme aus Spanien. Ich fahre nach Hause. Ich bin zu 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 Hause. Ich spiele im Garten. Wir sitzen am Tisch. Wir sitzen am Tisch. Seid Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. ABC Deutschland sagt Danke.